Hallo, ich bin Johanna Bonk und ich mache eine Ausbildung zur Süßwarentechnologin hier bei FIBA und ich bin jetzt zweites Lehrjahr. Also ich durchlaufe eigentlich so verschiedene Bereiche. Einmal in der großen Produktion in Flurseligenthal, wo ich eben die Maschinen kennenlerne, wo ich sehe, wie man sie bedient. Und dann bin ich eben auch hier in der Lugat-Welt, wo ich Einblick bekomme in die Handarbeit, wie man die Pralinen herstellt und wie man zum Beispiel Tafelschokoladen beschriftet. Am allermeisten Spaß macht mir der Kontakt eigentlich zu den Kunden, wo man eigentlich wirklich nah an den Kunden ist, wo man sieht, wie viel Freude ihnen eigentlich die Produkte machen. Und das ist immer wieder schön zu sehen. Und was auch sehr Spaß macht, ist das Beschriften von Tafelschokoladen. Es gibt viele gute Pralinen, aber was ich sehr empfehlen kann, ist einmal die Karamellpraline oder der Himbeertrüffel Ladyberry. Ja. 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 Ja.